Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir haben hier ja noch jede menge stuff das wir verkaufen dürfen in unserem wagen und das wollten wir jetzt mal machen das ist sehr sehr viel stuff 716 von 750 beziehungsweise wir können auch mal schauen haben wir da auch irgendwas im wagen das vielleicht besser ist als das was wir hier gerade so auf tasche haben das ist plus 6 left der hat plus 9 ok schade steel also mit dem der plus 3 der hat plus 13 was haben wir hier noch auch nur plus 3 das ist plus 6 hier aber haben wir plus 13 wer weiß vielleicht finden wir gleich noch ein bisschen mehr was von dwemer oder besser also zwergen hier haben wir plus 7 iron graves steel graves ok die sind besser die wir haben so plus 6 hier auch plus 6 was haben wir hier plus 9 hier auch plus 9 bin mir gerade nicht sicher ob wir hier wirklich irgendwas besseres haben ne bisher sehe ich noch nichts was ist das ein steel kürras plus 9 der aber auch plus 9 zwergendolch ok und hier war ein broadsword hier haben wir und waren saber 3 bis 14 5 bis 14 ich würde sagen vielleicht würde ich eher den hier haben wir wollen dann ok remove den oder warte hat man das mal da rein nehmen den und equipment gehen hier jetzt mal sieht schon mal viel viel besser aus finde ich so was haben wir noch das gefällt mir auf jeden fall ein bisschen mehr als das selber ok aber sonst haben wir hier nichts kommen wir nehmen auch mal alles in den karren also wir sind voll ok dann schauen wir mal wo wir das jetzt mal verkaufen können hier schon links gefällt mir schon mal viel viel mehr dann gold nicht wert hier in der broadsword so dann können wir hier jetzt mal ein bisschen verkaufen wenn es auch interessant wie die musik momentan leute klingt anders als sonst warte mal wie spät haben wir es 8 uhr 1 ok es hat wahrscheinlich noch nicht jeder laden hier offen der hier aber schon hier sind wir falsch in dem raum auch hier genau hier war das ja so uns zählt hier können wir mal alles verkaufen da haben aber auch sehr viel so sonst haben wir nichts ok dann sell 2641 ok nehmen wir auch wenn hier 8000 steht so dann schauen wir mal ob ich hier noch was verkaufen können oder nicht ansonsten müssen wir gleich noch ein bisschen resten ein bisschen warten bis die alle offen haben ja dann warten wir mal kommen wir sagen zwei stunden 10 uhr müssten die meisten aufnahmen wie die das ein feind in der nähe was will der denn jetzt von mir balada bixmiss said i find you here the die milas das ist der der mich gejagt hat hier nämlich der werwolf jäger sage ich jetzt mal das fand ich jetzt echt interessant das fand ich jetzt super dass der auch wirklich kommt um zu jagen so dann können wir hier das alles mal verkaufen haben wir hier noch was ja den können verkaufen und hier das alles ja wie viel ist denn das wir sind schon jetzt schon bei 13.000 14.000 15.000 ja wir werden reich müssen wir öfter sofort machen 30.000 gleich das hört nicht auf ja ja wirst du da da dir das sind du du hast du Danke. Okay, aber schauen wir mal, was er vielleicht hier hat. Und wem hat er hier eher wenig, irgendwas? Gibt es auf der anderen Seite auch noch? Ne, ist alles dasselbe, glaube ich. So, was haben wir noch im Inventar zum Verkaufen? Einfach mal 13.000 gemacht. Wir haben das hier noch. Die Briefe, die können wir nichts mit anfangen. Wir haben den ganzen Krams hier noch. Die Frage ist, wo können wir die Dinge eigentlich verkaufen? Die Bücher können wir noch verkaufen. Hier. Hier können wir die Bücher verkaufen. So. Genau, Wagen, ja. Ja, dann hier. So, was können wir noch verkaufen? Hier können wir doch die Tränke verkaufen oder nicht? Ach, hier waren wir gerade. Aber, kann ich die Tränke nicht verkaufen? Oder Irgendwie muss ich die doch hier ja... Ne, wo waren die hier? Die Dinger muss ich ja auch irgendwo verkaufen können, oder nicht? Im Grunde haben wir jetzt aber unseren Inventar leer. Und wir hatten... Ne, warte. Wir hatten ja eine Aufgabe, beziehungsweise einen Zettel bekommen. Hier. Äh... The Dark Robot has been watching you. You have slayed without sanctioned several times. You must now join us or be counted as a foe. Travel to Chesterwick in Daggerfall and see Mordas to your King Croft. Chesterwick? Okay. Dann suchen wir mal Chesterwick. Find. Chesterwick. Ja, komm, wir reisen da jetzt mal hin. Ich bin jetzt aber... Okay, ich bin jetzt nicht zum Werwolf geworden. So, das ist jetzt Chesterwick. Jetzt ist die Frage, wo könnte die Dunkle Bruderschmacht sein? Entweder also das hier oder das hier. Hier gibt es noch einen General Store. Okay, immerhin. Warte, ist das das da hinten? Ja, das ist das da hinten. Und schauen wir mal, ob das hier jetzt die Dunkle Bruderschaft ist. Wenn ich den Eingang finde. Tempel auf Bühnerrett. Okay. Dann kann es nur... ...der hier sein. Da im Norden. Ja, was da ist auch irgendwie ein Turm. Könnte sein, dass das die Dunkle Bruderschaft ist. Der wollen wir jetzt beitreten. So, warte. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Dunkle Bruderschaft ist. Äh... Well met stranger. Äh... Where is... People? Modestier Kingcroft. Okay. Äh... Why on time would I want you to know, Max? Okay. Things, work, location. Tell me about. The Dunkle Bruderschaft. By the Dragon. As if I know, ask someone else. Okay. Äh... Ich habe bisher keine Ahnung, welche Gilde das ist. Äh... Repairs. My receipts are reserved for members only. Talk. I don't have time for your time. Okay. Ist das jetzt die Dunkle Bruderschaft? Äh... Das ist Greensmith. Wie heißt er? Theodistial Greenings. Okay. Guilds. The Fighters Guild. Okay. Das ist... Die Kriegerguilde. Moment. Das müssen wir noch mal... Gucken. Travel to Chesterwick in Degafal and see Mordastier Kingcroft, who will give you further instructions. Mordastier Kingcroft. Müssen wir suchen. Fragen wir dich mal. Äh... People? People... I had that name somewhere before, but I got no idea where. Okay. Fly by D. Mehr. People... I'm sorry, but I don't know and I have to go. The best way is to go very nearby here. I'll show you Bedanik's finest chemistry on your map. Ah, danke schön. Die ist ja nett. Da muss ich hin. Okay. Also in einem Laden. Ja, okay. Hier einfach jetzt mal geradeaus durch, an dem da vorbei und dann müssten wir da irgendwann so einen Laden finden. Und da gehen wir dann rein und das müsste wahrscheinlich der Typ sein, der uns zur dunklen Bruderschaft führt. Okay, das ist das hier. Wie viel Leben haben wir jetzt gerade? 30. Ist jetzt auf 30 runtergegangen. Äh... Talk. People. Äh... Modestier Kingcroft is around here in Bedanik's finest chemistry. Okay, der ist irgendwo hier. Ah, you must be Max Deus II. The Dark Bravote has been watching you. You have proven you can kill with a blade. The Bravote does not tolerate rogue assassins. You must either join us or be marked for death. The Bravote will initiate you as a full member if you take the Snake Venom and place it on the wine decanter of Rhodor Girtan in the master residence of Coppersmith Hall. You have 35 days to do this and report to Dünün Halfsley in the Buckinghouse Farmstead. The blessings of Mephala up on you, Max Deus II. Ich muss jemanden vergiften für die dunkle Bruderschaft. Und ich muss eben ganz schnell... Wo waren das, äh... Spellbook, genau. So. Wir müssen jetzt eben wieder ein paar Unschuldige töten. Also wer wollt. Boah, ich hoffe... Ihr habt das nicht gehört. Entschuldigung. So, okay. Keine Unschuldigen mehr in der Nähe? Doch. Da. Wir töten wieder ein paar. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht. So. Wir sind in Gesundheit wieder bei 104. Okay. So. Und was sagt er jetzt? 104. Okay. So, warte mal. Jetzt erst mal die Quest gucken. Äh... Nee? Nee? Wo war denn das? Äh... So. So. I had a secret meeting with Modestier Kingcroft, a member of the Dark Royal, the Guild of Assassins in Chesterwick. I was given a vial of snake venom to secretly put onto the vine of Rodor Garten of the Mastering Residence in Coppersmith Hall. Okay, Coppersmith Hall. Okay, Coppersmith Hall. Okay, Coppersmith Hall. Okay, Coppersmith Hall. Äh... Cop... Okay, jetzt ist die Frage, wo muss ich das vergiften? Viele Häuser gibt es hier ja nicht. Äh... Ne, wir gehen mal wieder raus. Ähm, wir fragen ihn mal, äh... People, things, work, where is, tell me about... Okay, here, dann müssen wir... I'm happy to see you, Max. Okay. Warte, was ist mein Ruf hier jetzt? Immer noch undependable, okay. Wie finde ich jetzt raus, welche Residenz ist das? Residenz. Das ist jetzt einfach nur irgendeine Residenz. Kann ich mit rechts klicken da irgendwie? Das markieren? Ne. Kann die mir jetzt vielleicht irgendwie sagen? Reg... Reg... Regional. Hier? Irgendwie? Irgendwas? Okay, äh... Oder wir fragen mal irgendwen hier im Mastering Residenz. Ah, hier. I guess I can tell you, it's right there. Points of the Mastering Residenz to your... Ah, perfekt. Das ist it. Okay. Dann suchen wir mal den Eingang. Hier ist it. Someone called out, come in. Irgendwas muss ich hier vergiften. Ähm... Grant to see you, Max. Lesina Herford. Okay. Jetzt ist die Frage... Ich glaube, das Ding muss ich finden. Wir machen dafür aber erstmal ein Save Game. Das zähle ich jetzt ausnahmsweise mal als Dungeon. The Snack Venom closes the wine, but briefly in a few seconds, the drink looks normal again. Now all you have to do is put it back. Here, uh, remove. So. Gibt das jetzt hier? Ist Quest erfüllt? Ähm... If I then go see Dun & Herdslay in the Buckinghouse Farmstead, I will become a member of the Dark Rubberwood. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt erfüllt habe. Das liegt jetzt da. Ich hoffe, das zählt so. Aber wir schauen uns hier nochmal um. Ach, da waren wir. Ah, und hier können wir auch nochmal hoch. Komm, ich will hoch. Ich finde es interessant, dass man springen muss zum Klettern. So, jetzt ist es hier. Okay. Noch höher geht es nicht, ne? Ich will jetzt einmal komplett das... Okay, klettern können wir nicht noch mehr. Ich wollte jetzt irgendwie auch noch ein kompletter Haus hier abgebildet haben. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Ich hoffe, er zählt als abgeschlossen. Äh... I had a secret meeting with Mordastir Kingcroft, a member of the Canva, in Chesterwick. I was given a vial of snake venom to secretly put onto the wine of Rodor Gertan, of the mastering residence in Karpassmefort. According to Mordastir Kingcroft, if I then go see Dun & Herdslay in the Buckinghouse Farmstead, I will become a member of the Dark Rebel Hood. I have 35 days reach him, or the Broward will assume I have failed on my quest. The Buckinghouse Farmstead. Ich würde sagen, wir machen da jetzt auch nochmal eine Reise. Buckinghouse Farmstead. Bis dahin jetzt schon wieder. Ich hoffe, das zählt als erfüllt, die Quest. Dann gehen wir da mal rein. Ist ja nur dieses eine Haus, okay. Komm in. Okay. Aha, okay. Well done, Maxideus II. Redor Gertan was stricken with sudden heart failure. Poor bastard. You have shown you can kill with care and not just with a bare blade. You are now a full member of the Dark Rebel Hood. Anytime you enter a town, you will know if there are any guide buildings there. It is customary for the novice to receive payment of a single gold coin for his first sanctioned death. Here is yours. War das jetzt nur ein Gold? Okay, mit dem kann ich nicht mehr weiter reden, aber... Mir gefällt so ein Outfit auf jeden Fall. Schön düster, schön dunkel. Und wer ist denn das? Good day to you, Max. Dankeschön. Ist das hier jetzt die Gilde, oder... Oder verstehe ich hier was falsch? Was ist das hier eigentlich da für ein Raum? Soll das ein Bandschrank sein? Okay, ähm... Ah, okay, die Quest ist erfüllt. Die Quest haben wir erfüllt. Das heißt, wir sind jetzt Teil der dunklen Bruderstadt, oder? Oder nicht? Also... Ich würde sagen, wir reisen mal vielleicht zurück nach Daggerfall, also die Hauptstadt. Daggerfall... Hoppala. Ich hätte vorher auf Feind drücken sollen. Daggerfall. So. Dann reisen wir mal da hin. Ja. Ja. You are entering Daggerfall. Immerhin. Äh... 7.10 Uhr. Morgens. Okay. So. Wo ist... Die haben ja... Glaube ich auch gesagt, man... The Dark Rubberhood. Da ist es. Wir können da hin. Einfach weiter Richtung Süden. Boah, ich will da hin. Ich will da rein. Vielleicht müssen wir aber auch noch mal kurz eine Bank besuchen oder so, die Bank of Daggerfall oder so, dass wir unser Geld mal einzahlen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie Daggerfall bisher, wie es jetzt ist, gefällt mir sogar schon mittlerweile so sehr, dass ich das auch privat zocken will. Weil das irgendwie den Spielstil von heute entschleunigt. Damals war irgendwie wirklich so, du musst dir die Zeit nehmen und heute Hetze, Hetze, Hetze in den Spielen. Gefällt mir irgendwie, auf jeden Fall. So, ist das die dunkle Bruderschaft? Was macht hier ein Kind? Well met stranger. Gondival Hawksley. Äh... Nein. Bin ich in der dunklen Bruderschaft drin? Ist das die dunkle Bruderschaft? Äh... Gwynnabir Gionport. Wissen das? Mordi Greer Wixsten. Interessanter Name. Wer ist denn das? Woodhistere Wudsley. Ähm... Okay. Gefällt mir schon ein bisschen. Ähm... Joined Guild. Ah, sind wir schon. Training. Quatschen wir mal mit der hübschen hier. Ähm... It warms my heart to see you, Max. Ähm... Work. Thanks, people. Können wir von der irgendwie was verlangen, weil die so... So hübsch gekleidete, so schön tanzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Diebstahl ist. Wissen das? Oder das? Hier Bücher. Komm, wir quatschen mit dem. Bei Potions. Das ist die dunkle Bruderschaft. Okay. Wissen das? Make Potions. Okay. Ah, wir sind wieder hier. Dann gehen wir mal nach oben. Das sieht für mich aus, als wäre das nur ein Teil einer Flagge. Ähm... Hier können wir eine Quest bekommen. Okay. Noch mehr Sachen. Hier gibt es sonst nichts weiter. Okay. Okay. Hier gibt es eine Dachterrasse. Jetzt sind wir bei... Spymaster. Wir sind das. Bei Soul Gems. Seelensteine. Okay. Ah, und jetzt einfach hier. Das war ja, glaube ich, nach draußen. Genau. Dann holen wir uns hier mal eine Quest. Hm, let me see what tasks we have available. Please have patience and wait here a moment, Max. A renegade member, no escape, disagreeable competition, a renegade mage. Komm, wir fangen damit erst mal an. There is a traitor in the Brotherhood. He will perform the necessary accounting on his liability. Will you not? Komm doch. Very good. The traitor has taken refuge in the cavern of Melula to the northeast. If you have no returned in five days, your honor will be forfeit and another will take your place. Do not fail us in this max. Alles klar. Dann nochmal nachlesen. Wie heißen die Quist? Also, wie heißt Kevin of Melula? So, Feind. Kevern of Melula. Ja. So, wo ist denn der Dungeon? Da hinten. Und hier machen wir auch nochmal ein Save Game auf die vier. Vielleicht sollten wir mal das und das auch mal wieder ausrüsten. Würde Sinn ergeben, finde ich. Was? Ah, ich wollte schon sagen. So, wir fangen hier an. Komm. Nice. Was ist denn das? So. Boah, ich feier das aber gerade. Wir sind Teil der Dunklen Bruderschaft geworden. Okay. Okay, wir gehen anscheinend nur nach oben. So, gehen wir hier mal rein. Wir gehen hier noch nicht rein. Wir bleiben jetzt mal auf dieser Etage dann. Ja, okay. Der hat uns schon entdeckt. So, aber immerhin können wir denn jetzt doofen. Wir haben vergessen, unser Gold jetzt schon wieder auf die Bank zu legen. Weil unser Eventar jetzt wahrscheinlich wegen dem ganzen Gold zu voll ist. Wo kommst du näher? Blödes Viech. Okay, der hat mich jetzt erschrocken, aber zum Glück nichts Wildes passiert. Aber ich feier das gerade ein bisschen, dass wir Teil der Dunklen Bruderschaft geworden sind. Ist tatsächlich irgendwie auch im gesamten Elder Scrolls Universum meine Lieblingsfraktion. So, einfach im Grunde sind das ja... Okay, das sind einfach nur Meuchelmörder, ja. Attentäter, so, und vielleicht hat da auch die Videospielreihe Assassin's Creed bei mir da viel gemacht, dass ich das irgendwie feiere. So, dann können wir jetzt eben... Gold... Ne, ich will das... Wo kann ich das Gold sehen? Ich möchte hier in mein Gold lagern, ja? Ich möchte mein Gold bitte hier hinpacken. Wie kann ich das machen? Remove... Gold... Ich probiere mal erstmal mit einem aus. Ah, okay. Das ist jetzt mein ein Gold-Stipp. Dann... Zwo... Vier... Neun... Drei... Und... Sechs. Alles klar, mein gesamtes Gold... ist jetzt hier drinne, okay. Komm, wir gehen jetzt hier rein. Okay, hier ist niemand. Joa. Süßer Bär. Was haben wir hier? Wieder 70 Volt. Okay, aber jetzt wissen wir, wir können eigentlich im Grunde, wenn wir eine Orthrat verlassen, unser gesamtes Gold eigentlich auf den Karren packen und dann in die nächste Orthrat damit quasi reißen. Okay, das war jetzt nice. Keine Ahnung, was ich da jetzt eingesammelt habe, aber das fand ich jetzt echt nice. Die Frage ist, wie viel ist hier noch versteckt? So, da hinten waren wir schon, da waren wir schon, hier waren wir noch nicht. Okay. Ein ganz normaler Weg nach oben wieder mal. So. Mittlerweile keine Angst mehr vor Wehrwölfen. Ah. Hier geht's wieder runter, okay. Okay. Wir bleiben aber erstmal hier oben. So. Was haben wir bisher entdeckt? Oder was haben wir bisher noch nicht entdeckt? Aber das ist jetzt geil, finde ich, dass da noch so ein geheimer Gang ist. Der irgendwie nach unten geht. Vielleicht müssen wir, um da wieder rauszukommen, klettern. Weiß ich nicht. So. Wo haben die jetzt aufgemacht? Ich hab ne Tür gehört. Komm, wir gehen erstmal da lang. So, wer schießt da? Ich bin nicht der Traitor. Du denkst, ich bin der real Traitor? Der Kontrakt hat sich vollfüllt. Was? Map? Also, es gibt noch ein Traitor. Noch ein Verräter. Oder, besser gesagt, einen echten Verräter. So, okay. Die Frage ist, wo muss ich hin? Um den echten Verräter jetzt zu finden. Beziehungsweise, warte, wir haben ja was hier bekommen. Ich weiß nicht, was ich suchen soll. Tut mir aber auch ein bisschen leid, die Person. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Oder? Waren wir hier? No, hier waren wir noch gar nicht. Gibt's hier ne Geheimtür? Ich seh jetzt gar nicht, wo wir sind. Da. Ist da ne Geheimtür zu erkennen? Nope. Keine Geheimtür. Okay, aber dann gehen wir mal wieder hoch. Weil, hier fehlt noch ein bisschen was. Äh, so. Oh, komm. Wo kommt der denn her? Alter, okay. Hier ist ne Geheimtür gewesen. Mit ner Spinne. Das fand ich jetzt echt super. Noch ne Geheimtür, einfach mal. Sonst erkenne ich da jetzt keine Geheimtür mehr. Gerade, zumindest. Und jetzt wählt der Bereich hier. Da ist ne Fledermaus. Wir gehen hier rein. So, den haben wir auch noch geschlachtet. Wo soll jetzt der echte Traitor sein? Ist ja meistens doch, glaube ich, noch alles im selben Dungeon, oder? Okay, dann ab wieder nach oben. Da, wo die Fledermaus war. Und da war sie hier. Okay, hier gibt's nichts. Dann gehen wir da hin weiter. So, dann... Müssten wir hier noch ein bisschen was finden, ne? Ich hab so die ganze Zeit das Gefühl, hier sind irgendwo Geheimgänge. Aber ist ja anscheinend nicht. So, beide erledigt. Was ist das? Ironcouras Ironcour? Okay, wir sind wieder voll. Das können wir immer noch mitnehmen. Das können wir noch mitnehmen. Das heißt, wir müssen jetzt noch einmal unser Inventar leer machen. Und dann hier hingehen. Das nochmal alles einsammeln. Und dann nochmal in dieses ein Loch da reinspringen. So, was ist der schnellste Weg zum Ausgang? Ah, tatsächlich hier rum. Sieht das bisher so aus. Ne, doch nicht. Oder? Doch. Hier jetzt gleich nach links, hier runter und dann sofort wieder links. So, einmal ganz schnell, ganz runter. Und dann hier wieder. Okay, irgendwo habe ich noch Gegner gehört. Die Frage ist nur, wo sollen die sein? So, removeen. Alles da rein. Was haben wir hier? Spellbook. Hier Plainropes. Die Dinger auch noch weg. Und dann nochmal hoch. So. Ah, da an. Okay. Müssen wir noch alles einsammeln, ja? Das ist wichtig. Für die Story. Meiner Meinung. So, okay. Wollen wir das genau? Hier jetzt hoch. Dann müssen das hier sein, ne? Ich gehe von... Ja, hier warten wir das. So, das noch mitnehmen. Und dann suchen wir jetzt mal, wo ist denn das eine Loch, wo wir runterspringen müssen. Uh, da hinten. Hier ist es. Der Weg dahin, wäre im Grunde, wenn wir hier runtergehen. Okay. Beziehungsweise, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und... Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020